Was ist das denn hier? Sieht hier richtig genial aus. Der Grufteingang ist ebenfalls blockiert. Wenn wir nur eine Axt hätten. Junge, du hast eine Axt. So, wir können in die Gruft. Hier ist noch ein Teil eines Schildes. Was auch immer die uns bringen. Und hier ist das Schlosstor. Zwei Seile fehlen. Eins haben wir schon. Können wir das anbringen? Ja. Das können wir schon. Ich muss diese Kreuze loswerden, aber ich kann mich ihnen nicht nähern. Und Igor ist zu schwach, um sie zu zerstören. Gut, dann ab in die Gruft, mein Freund. Ja, und? Das ist wirklich traurig. Aber bist du hier nicht gerade erst aufgewacht? In deinem Kasten? Stimmt, ich erinnere mich. Ganz, ganz dunkel. Vor so vielen Jahren. Wir waren in der Gruft mit Van Helsing. Dein Koffin? Na, dann machen wir das doch. Wir brauchen Bretter, hast du gesagt. Beschädigter Deckel. Ein Seil. Die Dorfbewohner haben die Särge meiner Vorfahren beschädigt. Sie werden dafür bezahlen. Können wir mal sehen. Ich kann das nicht öffnen. Ich bin immer noch schwach. Vielleicht können wir etwas benutzen. Ein Hebel. Ist da wieder eine Wimmelszähne? Was hast denn du? Das klemmt im Mund des Gargels. Ich bin zu schwach, um dies einfach mit der Hand zu entfernen. Junge, du bist ein Vampir. Erzähl mir doch nichts von wegen, du bist schwach. Wenn ich reisen möchte, sollte ich meinen Sack vorbereiten. Zuerst benötige ich eine dünne Schicht Erde von diesem Ort. Ach ja, Heimaterde. Stimmt, da war ja was. Da brauchen wir aber sicher eine Schaufel. Raum der Ritter. Da brauchen wir solche Köpper. Hier fehlt auch noch mindestens ein Steinchen. Nein, zwei fehlen. Nun gut. Ach, ist das schön. Ein Wimmelbildspiel mit ganz vielen Wimmelbildern. Ich habe letztens, ich gestehe, sobald ich wieder Internet hatte bei Gronkh, das neue Grim Tales angeschaut. Und ja, schimpft sich Wimmelbildspiel. Ich kann es verstehen, dass er da ein bisschen sauer war. Und dann war das nur ein Minispiel am anderen und kaum Wimmelbildszenen. So, Engel, Uhr und Tierschäde. Das ist kein Tierschäde. Das ist ein Tierschäde. Eine Uhr kann ja auch alles sein. Taschenuhr, ein Wecker, eine große Wanduhr, eine Armbanduhr. Das ist mal wieder sehr präzise, wie man es von Wimmelbildern kennt. Saphir ist ein blauer Stein, ne? Fußfesseln und Puppe. Hier ist die Puppe. Ist das Fuß oder Arm? Ah, das waren sie schon. Blatt, Manuskript, Maske. Ein Manuskript? Bist du die Maske? Das ist eine Rose. Das wird sicher nicht als Blatt gelten, oder? Oh, Münzenschere, Kelle. Schere. Münzen. Und ich hoffe, ich bin nicht viel zu laut hier, weil ich gerade so in den Bildschirm krieche, dass ich sehr, sehr nah ans Mikro komme. Nein, das ist kein Manuskript. Schuhfächer und mal wieder ein Vorhängeschloss. So, im anderen Bild hatte ich einen Fächer entdeckt, der nicht gebraucht wurde. Jetzt brauchen wir einen, den ich nicht entdecke. Hier ist der Schuh. Hier ist das Blatt. Hier ist der Fächer. Kaum zu sehen in dem Nebel. Kelle ist bestimmt das da. Und das Manuskript ist nicht dieses Buch. Das sind Spielkarten. Hier ist noch die Uhr. Eine Taschenuhr. Tatsache. Und vielleicht das da? Ich habe eine Kelle gefunden. Dann können wir jetzt die, 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 die Heimaterde in den Sarkophag packen. Irgendwo im Garten? Können wir hier buddeln? Irgendwo? Ich will buddeln, buddeln, buddeln. Schlosstor zur Gruft. Zum Raum. Aber das war ja abgeschlossen. Aber wir haben noch ein Seil. Haha. Geile Animationen. Wir können jetzt da lang. Juhu. Hauptsache zwei Pferdchen stehen hier noch. Oder ist das unsere Kutsche? Das klingt gut. Und hier oben das Schloss sieht richtig bedrohlich aus. Wie es über das Dorf wacht. Das ist die Kutsche, die du mir überlebt hast. Das von der Vampire-Quins-Spy. Ja, Herr. Gut. Find eine Chance, um sie rauszuholen. Hm. Wir werden die Kutsche der Spionin sabotieren. Das sollte sie herauslocken. Machen wir. Igor kann auch knurren. Das dreckige Biest lässt uns nicht heran. Och, du bist ein... Ein süßer Wauzi. Ist doch kein dreckiges Biest. Aber alles hier hinten kriegen wir nicht. Okay. Ein Brunnenteil. Was? Teil der Werkzeugkiste. Klasse. Die Drohe der Spionin. Ich sollte mich zuerst um sie kümmern. Da ist ein Loch. Meisterschau, ein Loch. Kann Igor es graben? Graben? Was will ich mit einem Knochen? Ich brauche Erde. Nun, der Knochen geht bestimmt an den Hund. Igor hat Angst vor dem Hund, oder? Ich hoffe nicht der Vampirfürst. Wie peinlich wäre das denn? Werkstatt. Wir können hier was bauen. Sehe ich das richtig? Hier können wir die Bretter für meinen Sarg zuschneiden. Teil der Werkzeugkiste. Die fehlen hier noch. Oh nein. Bewege die farbigen Vierecke unter die entsprechenden Symbole. Ach du meine Güte. Ähm. So. Fertig. Ich will das nicht kaputt machen wieder. Unbedingt. Aha. Wir kriegen das von dem nicht hier rüber. Okay. So. Du nimmst das wieder an. Ja, genau das ist es nämlich. Das nehmen wir wieder weg. Wenn das durch ist, muss jetzt hier das Blaue hin. Damit die passen. Genau. So. Da oben muss Gelb hin. Ja. Die zwei müssen wir noch tauschen. Aber das wird dann hier wahrscheinlich... Wir müssen das jetzt hier in die richtige Reihenfolge bringen. Also Rot-Blau... Ist schon richtig. Aber was dann? Die zwei müssen wir noch austauschen. Nur wie? Äh... Ja. Äh... Äh... Ja, das bringt jetzt nicht viel. Wie kriegen wir hier die Reihenfolge getauscht? Keine Ahnung. Nehmen wir die zwei erstmal hier in den Puffer. Das auch in den Puffer. Und wie müssen die jetzt angeordnet sein? Wir drehen das ja immer so rum. Also müssen wir erst rot reingeben. Dann müssen wir blau reingeben. Rot, blau. Wir drehen es so rum. Dann müssen wir grün reingeben. Genau. Haha. Und das bevor da geladen war, der Überspringen-Button. Und das ist so rum. Was bekommen wir? Einen Hammer. Und wie enttäuschend. Das war's schon. Hier liegen Bretter. Die bekommen wir auch nicht. In die Werkstatt können wir nicht. Da ist noch was. Teil des Schildes. Ja, meine absolute Point-and-Klick-Manie wieder überall mit der Maus langbuseln. Oh ja, ein Wimmelbild. Fledermaus, Blattpapier. Eine Fledermaus im Brunnen. Wie unlogisch. Zwei Töpfe. Okay. Ist das ein Topf? Ne, das ist ein Krug, oder? Naja, gut. Das zählt als Topf. So. Und das auch? Nagel. Zwei Messer. Hier ist der Nagel. Messer Nummer eins. Oh, eine Peitsche. Das bringt mich auf Ideen. Ähm. Nein, natürlich nicht. Ist das ein Messer? Ein Reißzahn. Das da. Raptorenklaue oder was auch immer. Peitsche. Eine Glocke. Und... Eine runde Schachtel liegt hier. Wo bekommen wir eine Glocke her? Ist das eine Glocke? Keine, äh... Tröte oder was auch immer. Knochenhufeisenmuschel. Hufeisen. Das ist ein Krähenfuß. Das ist kein Knochen. Hier ist der Knochen. Und... Eine Muschel. Das da. Sägeeidechse. Steinschnitzerei. Eins, zwei, drei. Na. Was bekommen wir? Eine Säge. Schön. Können wir damit das Rad sabotieren? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hahaha, I apologize for the passion and insolence of my servant. His education is poor. However, he is right on one point. Your death is inevitable. Come, fear not. Except my embrace. I'll take care not to damage such a nice body beyond what is reasonable. Junge, Junge, was flirtest du hier mit dieser Zigeunerin? Du sollst doch schließlich, äh, also du liebst doch deine Mina. What? Fange dein Opfer, ohne zu oft die Wände zu berühren. Und wie mache ich das? Ah, wie gemein! Äh, geht's hier nach oben? Okay, da muss ich dann aufpassen, wenn ich das jetzt hier... Ich halte mal die Finger auf den Bildschirm. Das Mauspad kommt gerade mit, so ein Mist. Da hin und... Mist! Und hoch! Was ist denn zu oft auf Schwierigkeit schwer? Möchtest du ihr Blut trinken und sie jetzt in eine Vampirin verwandeln? Deine Entscheidung wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ähm. Nun ja, ist sie dann auf unserer Seite? Hilft sie uns dann? Oder wie ist das mit ihrer Gesinnung? Das ist die Frage. Ansonsten würde ich ja sagen, ja. Wir sind Vampir. Jetzt schlürft doch nicht beim Trinken, Junge. Nein, ich habe bereits gespeist. Ich habe doch gar nicht geklickt. Ach. Ich wünsche wohl, gespeist zu haben. Jetzt können wir auf die... Drehe die Rädchen, um die richtige Reihenfolge der Zahlen einzustellen. Die Reihenfolge von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Die 1 muss da hoch. 1. Die 2 muss hier rüber. 1, 2, 3. So. Yay. Ich gehe jede Wette ein, Freunde. Es wird noch kompliziert. Ein Brecheisen. Kein Brecheisen. So. Die Truhe ist jetzt auch uninteressant. Da reingucken können wir nicht. Wie gemein. Können wir hier... Wir haben doch nur das eine Holz. Das ist nicht das richtige Objekt. Wir haben eine Säge. Die kommt hier auch noch nicht hin. Und der Hammer auch nicht. Leg ihn wieder weg. Nun. Werkstatt ist momentan noch... Unnütz. Was war denn hier? Ach, zum Schluss. Wir haben... Wir haben... Ich bin immer noch so schwach. Siehst du schon? Allein deswegen müssen wir dein Blut... Ähm... Pensum erhöhen. Was passiert, wenn wir die komplett haben? Das sind immer noch nur drei Seiten. Auszeichnungen. Oh ja, wir haben schon eine. Schnell wie die Nacht. Stimmt ja. Gut. Aber was können wir jetzt hier noch tun? Ich würde sagen, Freunde... Darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt. Schau mal, wie ich das zusammenschnippel. Wie lang es wird. Was daraus geworden ist. Und dann... Sehen wir uns sofort wieder. Bis dahin. Ciao. Ich hoffe jedenfalls, euch hat der Part hier gefallen. Und das kleine neue Sommerprojekt. Etwas leichtes für zwischendurch. Ja. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. Ich ziehe das jetzt durch. Ich habe das Spiel vor Unzeiten, weil mir Dracula Origin so wahnsinnig gut gefiel, schon mal gezockt. Und leider keinerlei Erinnerung mehr daran, was die Rätsel und Co. betrifft. Und auch die Story ist nur noch sehr vage in meinem Kopf. Und ich freue mich ehrlich gesagt, das Ganze hier nochmal zocken zu können. Deswegen werdet ihr mich nicht davon abhalten. Ah, das sind die Hinweise. Gut, wir müssen demnächst aufs Schloss. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part. Tschüss.